Nächster Kamp, wieder nebenbei, wieder bis 84 Kilogramm. Willkommen zu euch in Deployer, Erik Policchi! Wir sind in Deployer, Erik Policchi! Herzlich willkommen, er kommt direkt von Hungry. Hier ist, in der blühen Körner, Erik Policchi! Sehr geehrten Damen und Herren, er kommt in die Rote, die hier kommt für euch! Erhard Körner! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ladies and gentlemen, please welcome, finally out of the red corner, Isis Erhard Karpal. I'm a big fan. I'm a big fan. I'm a big fan. And show me in some hot, nigga. Like I took this, I see when I shot, nigga. Like you see them squirt, nigga, drive, nigga. And we keep them nine, and leads to my block, nigga. Them masts that keep it on them, he done drive, nigga. And rip the creepy wild, nigga, some hot, nigga. Tones on the air, visit with the glass, nigga. Try to run it down, nigga, catch a shot, nigga. Take a shot, nigga. Take a shot. Take a shot. Say, 5 minutes. Gewiss, klasse, bis 84 kg. Sickles, outplay, is free. Round 1. Der Mann! 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 Ich habe hier ganz kurz auf eure Aufmerksamkeit bitten. Beim Ehren haben wir ein großes Problem. Vier Gegner haben bis jetzt abgesagt. Er bekommt keinen Gegner. Und wer muss den Jungen, den jungen Blumen, auch Respekt zahlen, dass er sich eingestellt hat. Es ist einfach schwierig, natürlich gute Gegner zu finden. Aber trotzdem Sieger dieses Kampfes nach Aufgabe in der ersten Runde, Erran Kantal. Sehr gut. Und trotzdem, großer Respekt an den Ehring. Herr Hausentraut sollte sich ein Gegner für den Erran hier finden. Er möge sich beim Veranstalter bilden. Selbstverständlich. Gerne. Deshalb ist er nur für die, die immer groß sind. Ich habe mich auf! Herr Ehring, bei uns nennt man das ein Parkstedt. Ich habe mich aufgrundgerecht angeschaut. Der begann. So, den Sieg brauchen wir aber nicht für den UEP-Titel. Erinn! Erinn! Erinn!